Herzlich willkommen mit einem neuen Video. Ich bin der Stefan und heute nehme ich euch mit zum zweiten Teil von unserem Aquarienprojekt. Es hat jetzt Darkstart hinter sich, knapp einen Monat, ich denke es sind jetzt fünf Wochen. Wir haben noch Bakterienbelag, nicht zu wenig und vor dem Bepflanzen werden wir das Ganze noch ein bisschen abschieben. Dann nehme ich euch jetzt mal mit und nachher geht es an die Pflanzen. Für das Aquarienprojekt haben wir dem Kunden den Darkstart empfohlen, da es sich ein Layout mit viel Holz gewünscht hat. Und hier haben wir Dragonskin Wood verwendet, das ein Holz, das zu sehr viel Bakterienrasen neigt. Und da ist der Darkstart wirklich hilfreich, weil obwohl wir jetzt viel Bakterienrasen haben, ist es im Vergleich zum Anfang sehr, sehr wenig. Und so haben wir viel weniger Risiko mit den Pflanzen, weil die Nitrifikation schon funktioniert. Und sich jetzt hoffentlich kein Bakterienrasen mehr bilden wird, der problematisch sein könnte für unsere Pflanzen. Um das Ganze jetzt noch schicker zu starten, bürstel ich den ganzen überschüssigen Bakterien vom Flamm noch weg, bevor wir das Wasser ablassen und dann können wir die Pflanzen einsetzen. So, Part 1 ist abgeschlossen. Wir haben das Wasser abgelassen, wir haben jetzt auch noch ein bisschen geschrubbt den ganzen Bakterienrasen, der noch da war auf dem Holz und auch zum Teil auf den Steinen, haben wir jetzt entfernt, so gut es geht. Der Filter wird jetzt auch nochmal geputzt, aber zuerst geht es aber an die Bepflanzung. Wir haben heute richtig viele Pflanzen mit, also zwei Boxen, die zeige ich euch gleich. Wir bereiten das jetzt alles vor, dass man nachher wirklich nur noch einsetzen muss. Ich finde, das funktioniert viel besser, wenn ihr im Vorhinein alle Pflanzen vorbereitet und dann nur noch einsetzt. Das Aquarium hatte eine Vorlage bei uns in der Galerie, gab es ein Aquarium, das dem Kunden besonders gut gefallen hat. Wir haben uns da versucht, daran zu orientieren. Ist nicht exakt dasselbe, das Aquarium ist ja deutlich größer als bei uns, deswegen haben wir zum Teil auch größere Pflanzen ausgewählt, aber im Groben haben wir ähnliche Pflanzenauswahl. Ich gehe jetzt kurz mit euch durch. Wir haben Bodendecker, grasartiges Zeug, also Eleucharis, Helantium, Plyxor Iaponica ist dabei. Viele grasartige Bodendecker, die uns den mittleren Bereich im Soil machen werden, gemischt mit Kryptokirinen, also Wasserkelche. Das sind so mittelgroße, mehr oder weniger grasartige Pflänzchen. Davon haben wir ein paar unterschiedliche Sorten mit. Die sollen uns die dünkeren Bereiche, also diese großen Wurzeln, werfen auch große Schatten. Da brauchen wir Pflanzen, die damit gut zurecht kommen und da passen die Wasserkelche einfach gut. Dann haben wir im mittleren Bereich großes Hardscape. Dafür gibt es Fahne. Kongo-Fahne ist auch der Fahne, der in der Galerie aufgesetzt ist auf den Wurzeln. Und ich denke, der wird auch hier wunderbar passen. Dann gibt es noch viele vordere Bereiche, die mit Wurzeln sind. Dafür haben wir Pusse von Anderen und Anubias eingepackt. Auch hier ein paar unterschiedliche Sorten. Und dann haben wir noch einen riesigen Hintergrundbereich, der voll ist mit Wasserfreunden, also Hygrophüllen, Cyperusselferi, also wieder große Gräser und ein paar Rotalas dürfen natürlich nicht fehlen für die Mitte, dass da auch farblich ein bisschen das Spannendes dabei ist. Wir präparieren die jetzt alle und dann sehen wir uns wieder zum Einpflanzen. So, kleiner Tipp am Rande. Für das Layout ist sehr groß. Wollt man großen Bulbites, also großen Kongo-Fahnen. Und Tropica bietet da was Tolles an, das heißt Aqua Dekor. Das sind dann immer Holzteile mit groß gewachsenen Fahnen drauf. Und wir haben sowohl Töpfe als auch diese Aqua Dekors bestellt. Und hier nehmen wir jetzt einfach den Fahnen und mit einem kräftigen Ruck kann man die ablösen. Die sind nicht gebunden, die sind wirklich angewachsen auf den Hölzern. Das Holz brauchen wir in dem Fall nicht. Aber der Fahnen ist halt schon richtig groß gewachsen und eine XL Portion. Den können wir dann platzieren, wo wir ihn eben benötigen. Also wenn ihr da mal was ähnliches vorhabt. Aqua Dekor haben wir auch immer im Laden oder sonst können wir es euch gerne bestellen. So, jetzt wird es ernst. Alle Pflanzen sind präpariert. Das ist natürlich abgedeckt, dass uns nichts vertrocknet. Ich finde, das geht am besten mit Küchenrolle und ein bisschen Wasser. Wir haben jetzt von oben nach unten geschlichtet. So wie immer ist das erste, was eingepflanzt wird, der Vordergrund. Das heißt, wir haben jetzt hier, so wie vorher erwähnt, grasartige Bodendecker. Die machen uns den vorderen Bereich im Soil. Ganz vorne, zwischen Sand und Hardscape, kommen kleine Wasserkelche. Das zeigen wir euch gleich. Wir fangen jetzt mal an. Da ist ja ein bisschen Arbeit, die auf uns zukommt. Da zeigen wir euch mal, wie das funktioniert. Ein kleiner Tipp noch. Pinzetten mit dünnen Spitzen. Also unser Favorit sind die ADA oder die Aqua Ono Tools. Die haben nämlich ganz kleine, zarte Spitzen. Damit kann man die kleinen Pflänzchen einfach am besten einsetzen. So, ich würde sagen, wir sind jetzt kurz vor Halbzeit. Wir haben bodendeckende Pflanzen eigentlich fertig, denke ich. Wir machen jetzt gerade die Aufsitze. Ich habe da gerade die Busse voll anderen. Die kommen jetzt aufs Hardscape, bin ich überraschend. Zwischen Holz und Gestein wünschen wir uns die meisten. Und so ein bisschen in dieses reich strukturierte Holz, also in die großen Spalten. Wir versuchen, die meisten zu klemmen. Da, wo sie sich nicht klemmen lassen, verwenden wir einen Pflanzenkleber. Da ist unser Produkt der Wahl Planscaper von Microbe Lift. Der ist so mittelgelförmig und funktioniert einfach super, um die Pflanzen dort anzubringen, wo ihr euch die wünscht. Wichtig ist immer, wenn ihr Pflanzen klebt, vor allem für rhizombildende Pflanzen wie Busse, Flandern und Anubias, dass ihr den Klebstoff auf die Wurzeln pinselt und nicht auf das Rhizom. Das Rhizom ist quasi die Batterie der Pflanze. Da steckt die ganze Energie drin. Und wenn ihr das zu voll macht mit dem Klebstoff, dann könnt ihr euch das die Pflanze übel nehmen. So, ich habe die Wurzeln jetzt voll. Ich wünsche mir die da in der Ritze. Das setzen wir jetzt einfach hin. Der Klebstoff braucht nur ein paar Minuten zum Aushärten und dann bleibt sie dort, wo sie hingehört. Vergesst nicht beim Pflanzeneinsetzen, vor allem bei größeren Projekten, wenn alles ein bisschen länger dauert, regelmäßig zu besprühen. Wir benutzen also so eine Gartenspritze. Das ist mega praktisch, geht aber natürlich auch mit so einer normalen Pumpflasche. Wir haben jetzt die ersten aufsitzenden Pflanzen gesetzt. Also Anubias, Busse, Flandern, ziehen wir durch. Jetzt kommt Moos, da haben wir was Besonderes, Korallenmoos. Ich denke, die meisten kennen das. Ist ein kleines Lebermoos, hat eine ganz, ganz tolle Struktur. Und das soll jetzt in die Ritzen und in diese reich strukturierten Bereiche von den Wurzeln. Wir haben einige Portionen da, wir haben auch noch ausreichend Klebstoff. Das werden wir jetzt verteilen. Und dann geht es weiter noch mit dem Kongo-Fan. Der wird dann die oberste aufsitzende Pflanze. Und dann fehlt uns noch der Hintergrund und dann sind wir mal durch. Und dann geht es weiter. Und nicht vergessen, eure Pflanzen zwischendurch immer wieder zu besprühen. Ich bin jetzt schon im Hintergrund. Jetzt kommt gerade der Cyperus helferi. So eine große, grasartige Pflanze. Ganz, ganz tolles Kraut, verwenden wir super gern. Cyperngras heißt das auf Deutsch. Da gibt es auch noch wichtige News. Die Pflanze wird riesig groß. Also ich würde sagen so 60, 70 Zentimeter schafft die leicht. Wenn ich die mal zu groß wird, könnt ihr die furchtlos auf Bodenniveau abschneiden. Da kommen wir wieder kleinere Blätter nach. So könnt ihr die eigentlich in jedem Aquarium verwenden. Gerade unabhängig von eurer Aquarienhöhe. Passt die so ziemlich überall. So und jetzt nehmen wir den riesigen Bulbitis, den ich euch vorher gezeigt habe. Im Vergleich, ein Bulbitis aus dem Topf. Also nicht nur, dass die Portion jetzt deutlich kleiner ist, auch die Blätter sind kürzer. Der ist jetzt aus dem Aquar-Dekor. Und hinten haben wir eine große Stelle mit Stümpfen, die will ich damit verdecken. Und dafür verwende ich den größeren Farm. Sieht dann sofort gut aus. Den habe ich wieder mit Kleber auf den Wurzeln eingepinselt. Nicht am Rhizom. Und kann ihn jetzt einfach dort platzieren, wo ich mir die Pflanze wünsche. Und sofort sieht das Ganze gut aus. Zwischendurch immer besprühen. Wir sind jetzt schon auf der Zielgeraden. Das Aquarium ist jetzt ziemlich voll bepflanzt. Also wir haben jetzt Aufsitzerpflanzen, Moose, den Bulbitis, den Kongofan, der an den Wurzeln hier um Topf sitzt. Der war jetzt unsere letzte Pflanze. Der Philipp kümmert sich gerade noch um den Feinschliff. Wir haben noch ein bisschen Korallenmoos übrig. Und der Philipp sucht noch die Stellen, an denen es fehlt. Da wird jetzt noch ein bisschen geklebt. Und dann geht es auch schon um das Befüllen. Dann werden wir noch die Technik installieren. Die zeigen wir euch gleich. Es ist ein großer Außenfilter verbaut, der größte von JPL. Der kommt mit den knapp 530 Litern vom Aquarium wunderbar zurecht. Und wir werden zwei Diffusoren verwenden, weil die Strömung in so einem Aquarium ist nicht so ganz übersichtlich. Und damit wir überall ausreichend CO2 haben, verwenden wir zwei Diffusoren. Da zeigen wir euch dann gleich die CO2-Anlage. Die hat zwei Ausgänge und es kommt ein Diffusor auf jeder Seite. So dass wir überall ausreichend CO2 haben. Okay, fast geschafft. Bepflanzung ist fertig. Wasser läuft jetzt schön langsam ein. Nicht zu schnell, dass jetzt ja nichts aufwirbelt. Jetzt haben wir Zeit für die Technik. Der Filter ist bereits bestückt. Der lief ja schon für den Dark Star. Das heißt, Zika, Matrix und Pyrigen ist schon eingebaut. Den werden wir jetzt noch kontrollieren, ob er auch funktioniert. Aber ansonsten müssen wir nichts daran ändern. Aber CO2 fehlt uns noch. Wir haben da jetzt eine 2-Kilo-Mehrweg-Anlage mit einem Druckregler mit zwei Ausgängen. Um das CO2, wie gesagt, besser zu verteilen. Haben wir dann noch zwei Diffusoren. Wir bekommen schöne Aquarebell Glasdiffusoren. Einer rechts, einer links. Zum Einsatz. Wir werden dann auch mit der Strömung schauen, wo genau wir die am besten positionieren. Ich denke, einer hinten und einer vorne. Das wird dann am besten funktionieren. Aber das schauen wir uns dann an, sobald das Aquarium voll ist und der Filter läuft. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Ja, ein paar Zentimeter fehlen uns noch. Jetzt kommt, so wie immer, ganz egal, welche Aquariengröße wir haben, unser Helferchen, die Bakterien dazu. Das Aquarium hat jetzt einen Dark Star hinter sich. Das heißt, Night Out 2 wurde schon zumindest vier Wochen dosiert. Ich denke, es sind sogar fünf Wochen in dem Fall. Und jetzt kommt Special Blend, ein phototropes Bakterien-Gemisch dazu. Weil jetzt leuchtet er das Licht. Das heißt, ab jetzt sind alle Bakterien von Nöten. Und Special Blend funktioniert für uns da einfach am besten. Wir halten uns da einfach an die Dosierung, die sich der Hersteller vorstellt. Das sind 25 Milliliter je 100 Liter. Wir haben jetzt 530, also wir rechnen mal mit 500. Und das dosieren wir einfach dazu. Das Licht wird jetzt nach ein paar Stunden leuchten. Das heißt, die Bakterien haben genug Zeit, um sich anzusiedeln. Ein kleines Wort noch zum Thema Düngen. Wir starten die Aquarien eher ungern sofort mit dem Dünger. Weil der Soil sehr reichhaltig ist und die Pflanzen erstmal versorgen wird. Nach so circa drei bis vier Wochen, das hängt immer ein bisschen von der Entwicklung des Aquariums ab, starten wir dann langsam mit unserem Masterline Düngekonzept. Also Eisenvolldünger und NPK-Dünger haben wir mit Masterline 1 und 2. Und zusätzlich kommt noch Masterline Carbo. So, Filter läuft. Technik ist jetzt komplett installiert. Auch die CO2-Anlage. Wir haben jetzt noch die Position von den Diffusoren ein bisschen nachgebessert. Das CO2 wird jetzt toll erfasst. Und ich denke, dass wir auch sogar ohne Strömungspumpe rauskommen werden. Müssen wir uns anschauen, was die Tage bringen. Wenn die Pflanzen ein bisschen höher stehen, wird sich alles nochmal ein klein wenig ändern. Aber so wie es jetzt aussieht, kommen wir erstmal ohne Strömungspumpe raus. Es freut uns immer sehr, so große Aquarien für Kunden einrichten zu können. Auch in dem Fall sind wir jetzt erstmal sehr happy mit dem Ergebnis. Und seid mit uns gespannt auf die Entwicklung in den nächsten Wochen. Jetzt wird sich einiges tun. Es steht viel Arbeit an. Es gehört regelmäßig Wasser getauscht. Falls ihr irgendwelche Fragen zum Projekt habt, schreibt es uns bitte einfach in die Kommentare. Wir werden versuchen, das entweder in den Kommentaren zu beantworten oder im nächsten Video. Gut, ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.